Musik Zeig mal, was du magst. Ich mag Dach zu naschen oder was zu spielen. Na, oder was du trübert hast. Oder bei deiner Hand, Mama? Darunter? Das ist gut. Oder wie war das? Nee, du musst doch noch eine Bestellung machen. Ja, aber wie denn? Da drinnen? Genau, so. Du musst dich schon bewegen. Ich behebe mich doch, Mama. So? Drauf drücken. Fester. Drauf hüpfen. Auf der Tastatur. So? So, Mama? So? Was ist das? So wie der Fernseher? Natürlich guck ich Fernseher. Na, guck doch. Na, Fernseher guck mal. Du musst dich umschalten. Ja. Du musst dich bestellen. Hm? Machst du dir da was zu essen oder zu spielen bestellen? Ja? Ja? Ja, Mama? Alles gut? Ja? Ja, Mama? Alles gut? Ja. Mama, ich lebe drauf. Magst du dir da was bestellen? Ja. Wie denn? Ja, wie denn? Ja, wie denn? Ja, wie denn? Ja, ich lege mich zu laufen. Ja, wie, ich schaufe mich zu laufen. Da, wo, wie, ich schutz? Mama, so, 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 so. So? Hm? So? Es geht? Es geht, Mama? Hm? Na, also? Sie sind da wie dich. Okay, Mama, am you? So, so, so. So, so. So, so, so. So, 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 so. Guck mal, da kannst du was bestellen, musst du da drauf gehen. Guck mal, da kannst du es nicht haben. Nee, das sind ja nur wir. Wo ist meine Verstellung, Mama? Ich mach dir doch was Kokosnusschen. Ah, Miko! So kutschig! Oh, oh, Mama! Wieso mit der Hand da runter? Ich sehe doch was bestellen! Das ist doch geil, oder? Oh, Mama! Mom, das geht sehr mit link. Was ist das? Das geht ja? Ist das, das geht richtig? Wo ist es riechen? Mama, komm! Das haben wir nicht. Das ist richtig? Da ist das? Mama? Wsst? ... ... ... Oh, ich will den anderen Rücken. Oh, das war's. Das war's, hey, hey. Can I come to a camera? Hm? Hm? Ich hab's. Hm. Ja, das sind die Süßigkeiten. Ja, das sind die Süßigkeiten, das sind die Süßigkeiten, das sind die Süßigkeiten. Ja, das sind die Süßigkeiten, das sind die Süßigkeiten, das sind die Süßigkeiten. Das sind die Süßigkeiten, das ist die Süßigkeiten, das ist die Süßigkeiten, das ist die Süßigkeiten. Ja? Kann ich da hin? Guck mal, wie ich mich hübsch kann. So bleibt auch keine Flügelchen, obwohl ich da in der Flügel bin. Guck mal, hab ich mit mir süßen Nasen und schöner Knopf-Eugleit. Guck mal, mein Schänchen. Guck mal, groß bin ich auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020